Hallo und herzlich willkommen in One-Armed-Rubber. Das ist eigentlich ein Game, das ich schon angefangen habe, aber ich habe es einfach nie gesehen. Ich zeige euch jetzt so, wie wir es schaffen. Erst, ihr braucht Waffen, die nicht nur einen Rollstuhl machen. Das Ding, das da vorne ist, ist ein A-M-H-47 und ein Zaubeißen. So, ich habe noch ein bisschen Flüsse, aber alles sicher. Wenn ihr live schießen wollt, dann schießen wir mit dieser. Das habe ich schon aufgeschlafen. Ich komme mit. Warte mal. Das ist eigentlich so. Das ist auch sehr gut. Ist das ein bisschen Moist? Ist das nicht so? Ich bin sehr gut, das ist ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen. Ich bin sehr gut, das ist ein bisschen zufrieden. Oh, is this? Hey, hey, hey. Oh! 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 Oh, es ist ja. Oh, es ist ja. Oh! Oh. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020